Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick für die kommende Woche und ich glaube spannender könnte die nächste Woche gar nichts sein. Wir hatten diese Woche schon mit dem FED Zinsentscheid, der genauso geblieben ist wie im Endeffekt prognostiziert. Die Zinsprognose war deutlich deutlich wichtiger. Die ist negativ ausgefallen. Wir hatten eine sehr sehr volatile Woche und nächste Woche könnte dann wirklich eine Entscheidung, ob es weiter nach unten geht oder ob das jetzt hier erst einmal der Boden ist und wir eine kleine Trendwende sehen, wirklich fallen. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir schauen wie immer die Forex-Märkte an, wir schauen die Stock-Märkte an und natürlich auch Krypto und Gold. Also wenn euch das interessiert, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall auch gerne die Glocke abonnieren, damit ich euch immer auf den Sack gehen kann und ihre Benachrichtigungen kriegt. Und ja, auch in die Telegram-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Und gestern ist auch die neue Podcast-Folge rausgekommen, Krypto & More. Gestern mit dem Thema KI und AI, was sind Gefahren, wie kann man es aber auch für sich selber positiv nutzen. Also hört euch das gerne auf Spotify, Apple etc. pp. an und damit würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit, gehen wir rein und wir fangen wie immer mit dem US-Dollar an. Wir sehen hier diese volatile Zeit, die war am meisten, wo wir eben den Fett-Zinsentscheid hatten, wo Powell dann geredet hat. Wir hatten erst diesen kurzen Pump, dann diesen massiven Abverkauf innerhalb von Minuten, bevor sich dann der US-Dollar hier oben erst einmal stabilisiert hat. Jetzt befinden wir uns aber natürlich auch an einem massiven Widerstand, da haben wir die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass dieser Bereich, auch wenn wir momentan immer noch in einem Abtrend sind, wirklich so ein bisschen der endgültige Trendwende-Bereich für den Dollar sein kann. Warum Trendwende-Bereich? Wir hatten jetzt eine monatelange Seitwärtsphase und die ging wirklich von Dezember bis halt jetzt, bis September, zwischen 100 und 105. Und sollte diese Marke hier nach oben hindurchbrochen werden, hat der Dollar wirklich hier Potenzial, bis auf 109 mindestens hochzukommen, weil da haben wir unsere nächste größere Ineffizienz, diesen kleinen Widerstandsbereich, kann man auf jeden Fall noch mit drin lassen, so bei 107,7. Aber ich glaube nicht, dass der Dollar sich davon aufhalten wird. Aber wie gesagt, wir sind an einem massiven Widerstandsbereich und dieser könnte jetzt dann ausspielen. Wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder drüber gesprochen, wir haben diese Barrage-Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Wenn wir jetzt wieder so ein bisschen reinzoomen, können wir auch erkennen, okay, es könnte sich ein Rising-Wedge-Chart-Pattern hier auch noch zusätzlich bilden. Also ihr seht, es ist hier wirklich eine spannende Woche. Und der Dollar hat natürlich auch noch Auswirkungen auf die anderen Märkte und deswegen switchen wir rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Und da ging es die Woche wirklich massiv nochmal bergab. Long-Position ausgestoppt, Short-Position geschlossen, aber schon etwas länger. Aber auch hier sind wir derzeit an einem spannenden Punkt. Gehen wir nämlich mal in den Daily-Time-Frame. Wir haben das Tief jetzt hier erstmal abgegrast. Positiv, und das ist wirklich positiv hervorzuheben, Volumen ist gesunken bei diesem Abverkauf. Das heißt, der Verkaufsdruck hat erst nachgelassen. Zweiter Punkt, dieses Tief hier drüben wurde jetzt zweimal unterschritten. Wir haben aber nicht drunter geschlossen. Das heißt, wir haben nur die Liquidität unter diesem Tief abgegrast. Dritter Punkt, RSI ist so ziemlich am Boden und wir haben eine leichte Bullish-Divergence. Also, wir merken, US-Dollar deutlich am Widerstand, Euro am Support mit einer Bullish-Divergence, mit keinem tieferen Tief. Grundsätzlich sehr, sehr gute Aussichten. Wie können wir das Ganze jetzt traden? Wie gesagt, Montag bin ich kein Fan davon, in irgendwelche Trades reinzugehen. Aber wir haben unter uns auch noch massiven Support. Wir machen jetzt mal diese grüne Box weg und schauen uns das Setup-mäßig an, wie wir uns hier positionieren könnten. Wir hätten hier einen Risk von 1,1% circa. Haben aber auch natürlich, wenn wir uns das CRV jetzt mal angucken, grob mal mindestens hier die Chance, auf ungefähr 1,09 Euro hochzusteigen. Aber, wie gesagt, das ist sehr, sehr risky. Ich bin hier wirklich aber trotzdem mal überlegen, ob wir hier diese Long-Position eben nochmal neu versuchen aufzumachen. Wir hatten, wie gesagt, letzte Woche eine sehr, sehr starke, volatile Woche. Wir haben den US-Dollar, der an einem bodenlosen Widerstand ist, beziehungsweise an einem sehr, sehr massiven Widerstand mit Bearish-Divergence, mit Rising-Ratch, mit einem deutlich erhitzten RSI. Also, da kommt schon sehr, sehr viel dazu und dafür haben wir aber positive Vorzeichen, auch wenn wir jetzt hier im 4-Stunden-Chart uns den Euro angucken, mit auch einer Bullish-Divergence. Also, das heißt, dieser Support zieht sich hier über mehrere Timeframes, was grundsätzlich sehr, sehr positiv ist für uns. Und deshalb bin ich hier auf jeden Fall das erste Mal auf der Long-Seite, was den Euro anbelangt. Und merkt euch, dass es wird später noch Auswirkungen haben, auch natürlich auf die Stock-Märkte, weil da ist es ja diese Woche auch nicht so wirklich gut gelaufen. Und deswegen werde ich sehr, sehr wahrscheinlich spätestens am Dienstag dann die Long-Position eröffnen. Wir werden relativ zeitnah den Stop-Loss dann auf Entry machen, weil wir eben hier auch noch einige, ja, wichtige Widerstandspunkte haben. Die Zone schieben wir mal ein bisschen runter, weil das wird hier der nächste Widerstandsblock werden, bei ungefähr 1,07 Euro. Sollten wir hier hochkommen, auf jeden Fall erster Take-Profit hier in dieser Region. Sehr, sehr wünschenswert, einfach um die Position abzusichern, weil, wie gesagt, besser wird es dann nicht. Wir haben dann immer wieder so kleine Widerstandszonen, der nächste dann bei 1,08 und dann eben hier oben bei den 1,09. Das sind dann so die nächsten Take-Profit, die ich erst einmal wählen würde. Ansonsten Dollar auf jeden Fall im Blick behalten und den Euro. Also hier können wir uns zweigleisig im Endeffekt positionieren. Wir können einen Dollar Short aufmachen, wir könnten aber auch einen Euro Long aufmachen. Das heißt, wir fahren hier zweigleisig, grundsätzlich die gleiche Position, weil wenn der Dollar fällt, wird der Euro steigen. Und das auf jeden Fall schon mal für nächste Woche. Dann nochmal ein ganz kurzer Blick. Wir haben uns ja letzte Woche auch mal über den Euro Schweizer Franken unterhalten. Die Position ist perfekt aufgegangen. Also wirklich perfekt. Erster, nee, zwei Take-Profits mittlerweile genommen. Den dritten für alle, die die Position noch offen haben, würde ich hier oben bei den 0,97 auf jeden Fall nehmen. Und ansonsten perfekte Posi, perfektes CRV. Also den können wir jetzt erstmal laufen lassen. Hier gibt es keine Updates. Stop-Loss auf Entry. Sollten wir vielleicht nochmal runterkommen und das würde dann eben auch passen, sollte der Dollar fallen, dass wir vielleicht hier unten nochmal die Position nochmal wieder verdoppeln und dann den letzten Move nach oben hin mitnehmen. Aber wie gesagt, die Position, nur kurzes Update. Die läuft perfekt mit zwei Take-Profits. Dritter, kurz vorm Golden Pocket. So, dann gehen wir rüber. Nämlich schon zu den US-amerikanischen Märkten. Und da war letzte Woche sehr, sehr viel los. Also es ging hier deutlich nach unten. Wir haben deutlich den Abverkaufsdruck gesehen. Und wir sind genau fast an unserer grünen Box, die wir letzte Woche angesprochen haben, erst einmal zum Stoppen gekommen. Auch hier seht ihr, und da jetzt eben gerade eben, weil ich ja gesagt habe, behaltet den US-Dollar im Auge. Wir haben hier möglicherweise jetzt gerade einen kompletten Trendwendebereich. Einerseits natürlich Dow Jones, der hier in seiner großen Supportzone ist. Mit 1,14 Prozent könnten wir uns hier mit einem einigermaßen sinnvollen Risk long positionieren, eben weil wir diesen massiven Support haben. Wir gehen mal ganz kurz in die größeren Timeframes auf ein Daily-Sicht. Auch hier haben wir eine minimale Bullish Divergence. Sie könnte sich natürlich jetzt, je nachdem wie eben der Montag dann startet, nochmal ein bisschen verstärken. Und dann haben wir auf jeden Fall Erholungspotenzial bis ungefähr 35.000 Punkten. Also auch hier, wie gesagt, sollte der US-Dollar fallen. Und danach sieht es, aufgrund auch dieser dünnen Newslage, die wir in der nächsten Woche haben, komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen, sehr, sehr stark danach aus, dass wir zumindest nächste Woche eine leichte Erholung bekommen könnten. Wo könnte diese hinfolgen? Auch hier ziehen wir uns jetzt erstmal ganz minimal das FIP-Level. Erstes, beziehungsweise erster Tech-Profit würde ich hier bei 34.500 legen. den zweiten dann so zwischen Golden Pocket, beziehungsweise 0786er, einfach um die Position abzusichern. Weil, man muss natürlich auch dazu sagen, und das ist das, was uns übergeordnet eben noch folgt, wir sind übergeordnet ganz klar in einer Downtrend-Phase. Wenn wir uns jetzt einfach nochmal das FIP-Level ziehen, sehen wir auch, okay, wir sind damals hier eben am Golden Pocket rejected worden. Das war unser Short-Bereich, der mittlerweile ja zu ist. Und jetzt eben die zweite Abverkaufswelle, die wir dann im Endeffekt jetzt hier hatten, könnte vielleicht auch die dritte sein, das müssen wir uns dann sehen. Je nachdem, ob es der Kurs dann eben schafft, hier wieder über das Golden Pocket zu kommen. Sollten wir es schaffen, ist es für mich ein ganz klares Trend-Wendezeichen. Und dann können wir auch wieder diese Hochs anlaufen bei einem sinkenden US-Dollar. Also auch hier bin ich auf jeden Fall long, stimmt ab Montag. Montag vielleicht nochmal abwarten, aber wir sind hier in einer massiven Support-Zone auf Daily-Sicht, in den kleineren Time-Frames. Also das könnte sehr, sehr interessant für uns werden. So, dann gehen wir rüber zum S&P 500. Auch hier natürlich keine Überraschung, es ging hier deutlich, deutlich nach unten. Short-Position ist weiter noch offen. Wir haben ein Gap nach oben hin immer noch offen. Also auch hier deutet ein bisschen was für eine Trend-Wende hin. Ich muss den Chart mal hier noch ein bisschen aufräumen. Support-Zone, ja, wir haben aber hier noch im Gegensatz zum Dow Jones noch ein bisschen mehr Abwärtspotenzial. Also nächster Support würde hier erst liegen bei 4.300 Punkten. Wir sind momentan bei 4.320. Sollten wir jetzt hier schon long reingehen, haben wir minimal höheres Risk als beim Dow Jones. Also hier könnten wir uns gegebenenfalls mit zwei Positionen erst einmal absichern. Bullish Divergence liegt hier leider nicht vor auf Daily-Sicht. Das heißt, das gesamte Chart-Build ist hier auf jeden Fall nicht so deutlich wie beim Dow Jones. Heißt aber auch für uns, die Short-Position nehmt einen dritten Take-Profit, schließt vielleicht die Position oder nutzt diese möglicherweise als Hedge für den Dow Jones Trade. Weil dann, ganz ehrlich, ich würde hier nicht unbedingt in diesen Long Trade reingehen. Mir gefällt die Struktur hier deutlich weniger als beim Dow Jones. Das Risiko ist ein bisschen höher, auch weil wir hier unten auch nochmal einen Gap haben. Also das heißt, wir müssten hier 2% auf jeden Fall absichern und das heißt mindestens zwei Positionen reingehen. Grundsätzlich aber natürlich, wenn ich davon ausgehe, der Dow Jones erholt sich und der US-Dollar fällt, dann gehe ich auch davon natürlich aus, dass der S&P 500 auf jeden Fall steigt. Gehen wir in den kleineren Timeframes. Auch hier haben wir eigentlich nichts vorliegen. Eine minimale Bullish Divergence im 4-Stunden-Chart. Im 1-Stunden-Chart sieht die ganze Sache dann schon wieder etwas deutlicher aus. Also hier in den kleineren Timeframes tut sich schon mal was. Wir haben diese Bullish Divergence, das Aufwärtspotenzial ist da. Und vom Risk Management, schauen wir uns das auch nochmal an, passt diese Supportzone wieder. Also das heißt, wer mehr in den größeren Timeframes und mehr auf eine größere Trendwende hofft, muss auf jeden Fall dieses Risk von 2% einplanen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass diese 1,2%, 1,3% auf jeden Fall ausreichen sollten für uns, um dann zumindest mal eine Trendwende zu sehen. Ersten Take-Profit auch hier in das kleine Gap legen bei 4.400 Punkten circa. Und dann müssen wir eben weiter den Fahrtweg anschauen. Auch hier natürlich ganz kurz das Fit-Level ziehen auf den kleineren Timeframes. Schauen wir uns an, sehen wir auch, okay, Golden Pocket, wir nehmen es direkt zum Abverkauf, liegt perfekt in unserem kleinen Gap. Also auch hier, wie gesagt, Long-Position, ja, Dow Jones, Long, ja. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz rüber zum NDX und der hat auch deutlich verloren. Hat nochmal hier die Kurve gekriegt bei den 14.670 Punkten, haben eine leichte Andeutung eines doppelten Bodens. Wir haben unsere riesige Support-Zone komplett ausgenutzt, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Es ging aber auch sehr, sehr steil nach unten. Was die Gründe waren, ganz ehrlich, es kann nur die Zinsprognose gewesen sein. Auch wenn wir in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen haben, okay, der Markt ist deutlich abwärtsgerichtet. Wir haben unseren Abverkauf jetzt bekommen, aber jetzt verdichten sich die Zeichen. Entweder Make or Break. Das ist jetzt eben der Stand. Ich bin hier, wie gesagt, aufgrund des US-Dollars auch erstmal Long gestimmt. Long-Position läuft auch noch. Ich werde wahrscheinlich, ja, den Stop-Loss nochmal ein bisschen anpassen. Für alle, die jetzt hier noch in eine Long-Position rein möchten, würde ich empfehlen. Stop-Loss muss unter dieses letzte Tief. Also auch hier sind wir bei ungefähr 1,24% Risk. Heißt, um das nochmal klar und deutlich zu sagen, 14.532 Punkte würde ich auf jeden Fall einen Stop-Loss holen, weil hier könnte sich dann zum Montag hin auch nochmal diese leichte Bullish-Divergence aufstellen, um dann, sag ich mal, die Trendwende mitzuerleben. Interessanterweise auch hier natürlich das FIP-Level mal ziehen. Wo wäre unser derzeitiges Golden Pocket? Und das würde hier genau eben bei dieser Ineffizienz liegen. Also die Confluence beim SPX und beim NDX, also beim Nasdaq, sind hier schon sehr, sehr hoch und ich bin auch hier erst einmal Long gestimmt. Die ganze Stimmung kann sich natürlich dann auch wieder ändern, weil sollten wir, und das war eben auch der Punkt beim Dow Jones, beim S&P 500, sollten wir hier wieder rejected werden am Golden Pocket. Möchte ich einerseits natürlich den Stop-Loss-Off-Entry haben, den ersten Take-Profit genommen haben und zweitens dann gegebenenfalls sogar noch einen Short aufmachen, weil das könnte dann dazu führen, dass wir wirklich, sollte der Dollar sich nur ein, zwei Tage abkühlen, dass wir dann nochmal einen deutlich größeren Abverkauf sehen und dann würde unser nächster richtiger Support irgendwo hier unten bei den 14.300 Punkten liegen. Also wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Wir hatten unsere drei Abverkaufswende beim NDX, die sich jetzt hier langsam stabilisieren in unseren Support-Zonen, aber es gilt immer noch vorsichtig zu sein und dieser Make-or-Break-Punkt wird eben bei allen drei am Golden Pocket dann liegen. So, gehen wir rüber zum Gold-Chart. Machen wir einen DAX danach, ist jetzt wurscht. Na komm, machen wir einen DAX danach. Gehen wir rüber zu Gold. Auch hier läuft unsere Position weiterhin. Wir wurden nicht ausgestoppt um acht Punkte, beziehungsweise acht US-Dollar. Aber wir hatten unseren zweiten Take-Profit abgeholt. Das habe ich auch diese Woche im Video dazu gesagt, dass wir jetzt hier erstmal nichts mehr machen. Ich werde die Position erstmal nicht vergrößern. Ich werde auch hier jetzt erstmal so ein bisschen abwarten, wie sich die Woche jetzt stimmt. Wir haben hier so eine leichte Bearish-Divergence gebildet. Das heißt, der Kurs kann nochmal etwas sinken. Wir ziehen uns hier auch nochmal ganz kurz das Golden Pocket dazu. Möglicher Rebound. Und das heißt, um auch nochmal die Position zu vergrößern, Prämisse ist, wir sehen einen sinkenden Dollar. Wir sehen Anzeichen, dass der Dollar wirklich fällt. Wäre dann hier unten bei den 1919 Punkten. Das wäre so die Area, wo ich sagen würde, okay, hier können wir nochmal die Position verdoppeln, ohne wirkliches Risiko zu gehen, um dann nochmal im Endeffekt diesen Rebound nach oben hin mitzusehen. Also ihr seht, es ist nächste Woche eine spannende Woche. Wir stehen hier wirklich, im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo ich absolut bearish war, hat sich bewahrheitet, sind wir jetzt momentan wirklich an diesem Punkt. Es könnte sich diese Woche einiges entscheiden. Kriegen wir eine Rallye? Kriegen wir möglicherweise nur dieses Fake-Out? Oder setzen wir die Reise nach unten hin fort? Also es ist nicht mehr ganz so deutlich, aber die nächste Woche könnte sehr, sehr vieles entscheiden und auch sehr, sehr viel mitgenommen werden. Mehr brauchen wir bei Gold nicht sagen. Ja, DAX weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, also hier bin ich momentan auch, das machen wir jetzt endlich mal weg. Also ich glaube nicht mehr, dass wir jetzt erstmal vorerst hier hochgehen. Das Setup können wir jetzt hier mal komplett vergessen. Wir sind hier weiterhin auch in dieser Range momentan. Ich traue mich hier aber derzeit noch nicht so wirklich in den Long rein. Interessanterweise, wir haben kein tieferes Tiefgebild. Also grundsätzlich diese bullische Struktur, die wir jetzt hier schon mehrmals getestet haben, also dieser Bereich wurde nur nochmal getestet. Wir haben einen Schlusskurs bei 15.550 Punkten bekommen. Also das heißt, unser Support hält, müssen aber auch, sollten wir hier in eine Long-Position reingehen, einen sehr, sehr großen Puffer haben. Und das hält mich einfach momentan davon ab, auch wenn wir nächste Woche steigende US-Märkte sehen sollten, bin ich momentan so nicht in der Laune, irgendwie den DAX hier irgendwie nach oben oder nach unten hin zu traden, weil die Struktur nicht klar ist. Das Einzige, was klar ist, der Support hält. Wir haben kein tieferes Tief. Grundsätzlich alles okay. Aber umso öfters du gegen eben diesen Support rennst, irgendwann bricht er. Und das ist eben dieser Punkt, weshalb ich mich momentan beim DAX einfach komplett fernhalte. Würde ich nicht machen, würde ich auch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Deswegen lassen wir den DAX erst einmal weiterhin außer, ja, ein bisschen so außen vor. Keine Trades hier geplant. Die Struktur ist mir einfach zu unklar. Und dann lohnt es sich lieber, ganz ehrlich, den Fokus auf die US-amerikanischen Märkte zu legen. Und weniger auf den DAX. Ja, dann zum Schluss gehen wir noch in den Kryptomarkt rein. Wie sieht es dort aus? Also Bitcoin bei 26.580 Punkten. Äh, US-Dollar. Ah, das ist immer das mal mit Forex und was weiß ich, mit Punkten und sowas. Hier tut sich derzeit wenig. Also wir können uns mal ganz kurz die Wochenstruktur anschauen. Was ist für den Weekly Close wichtig? Wir machen das FIP nochmal weg für die Ordnung hier. Wichtig, um, ich sage jetzt mal, einigermaßen bullisch zu sein, wären Close über 26.830 Punkten. Nach unten hin, ja, wir können, wenn wir so schließen, ist es einfach eine komplette Seitwärtsphase. Wir kriegen keine tieferen Tiefs. Also es wäre gut, wenn wir zumindest nicht unter dieser Marke von 25.900 US-Dollar schließen. Solange sieht es gut aus, beziehungsweise sogar hier 25.875, das ist die Punktmarke, sollten wir darunter schließen. Auf Wochensicht werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nochmal eine bearische Woche kriegen, die uns dann sehr, sehr wahrscheinlich hier runter Richtung 22.600 US-Dollar bringen wird. Ansonsten, wie gesagt, in den kleineren Timeframes tut sich einfach nichts. Wir sind hier gerade mal auf einem 1-Stunden-Timeframe. Massive Seitwärtsphase. Die Lows hier, wo wir gestern drüber gesprochen haben, unsere Long-Position, ist weiterhin eine Möglichkeit, dass wir hier nochmal runtergehen, die Liquidität abgrasen und drüber schließen und dann zumindest mal so einen kleinen Turnaround in Richtung 27.000 US-Dollar kriegen. Mehr gibt es momentan bei Krypto nicht zu sagen. Leider hat deswegen eben der Fokus auf US-amerikanische Märkte und Forex. Ja, dann war es das auf jeden Fall wieder für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet euch gut vorbereiten für die nächste Woche. Ah, die News habe ich ganz vergessen. Ja, es gibt keine News, so wirklich. VPI-Daten Deutschland, ansonsten Erstanträge, Folgeanträge, es tut sich einfach nichts. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like da für diese, ich sage jetzt mal, längeren Videos. Ist auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter, ein bisschen mehr Vorbereitung. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Telegram-Gruppe joinen. Und damit würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zu einem ganz normalen Update. Teilt das Video auch gerne und damit wünsche ich euch einen schönen Samstag. Kommt gut rein, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, Steck.